UNTERTITELUNG Ich heiße Joe Hallo Joe Und ich bin Nymphomanen Sexsüchtig Wer nennt das Sexsüchtig? Das weiß ich Warum? Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich den Kindern das Hurenbett zeige? Ich bin noch nie einem schlechten Menschen begegnet Doch, jetzt schon So funktioniert das nicht Die meisten schreien erst, wenn ich sie schlage Wow Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Menschen ist vielleicht, dass ich immer mehr vom Sonnenuntergang erwartet habe Atemberaubendere Farben, wenn die Sonne auf den Horizont trifft Das ist vielleicht meine einzige Sünde Infomania Ich erlass mich Ich bin noch nie Ich bin noch nie Ich bin noch nicht Ich bin noch nie Vielen Dank.